Herzlich Willkommen bei Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute geht es um sieben Vorstellungen über das Mittelalter. Es geht jetzt nicht um das typische Terra X behauptet, wie der Dreck legt auf den Straßen oder die Pferde im Mittelalter war klein. Es geht heute mal um die Ideenwelt, die hinter diesen Klischees steckt. Ich will diese Klischees ein bisschen zusammenfassen. Ich möchte schauen, welche Vorstellungen damit transportiert werden und warum die so problematisch sind. Der erste Punkt ist das Mittelalter als Rückentwicklung gegenüber der Antike oder als Hemmschuh. Vor einiger Zeit ging durch den englischsprachigen Bereich so eine Idee. Ohne die Kirche wären wir tausend Jahre weiter und würden längst den Weltraum erobern. Ich hatte gerade letztens einen Film im YouTube Ausschnitt, da hat jemand erzählt, ja die Menschen in der Antike sei ja vereinzelt schon zu logischem Denken fähig gewesen. Was für eine Aussage. Das Problem war aber, dass sie alle ihr Wissen in einer einzigen Bibliothek hatten, nämlich der von Alexandria und als sie zerstört wurde, war es halt weg. Da glaubt wirklich jemand, die hatten in der Antike nur eine Bibliothek. Das war schon nett, aber die Zerstörung der Bibliothek von Alexandria wird sehr, sehr gerne als Beispiel dafür genommen. Und natürlich im Narrativ waren es Christen, die diese Bibliothek angezündet haben. Waren sie nicht. Auch das vergessene Wissen ist immer wieder so ein Punkt. Es wurde ja wahnsinnig viel vergessen am Ende der Antike. Wahnsinnig viel ist verloren gegangen. Und natürlich ist da immer die Antike als das strahlende Gegenstück zum Mittelalter. Und allein das ist ein Punkt, den man echt hinterfragen muss. Die Antike als Ganzes wird natürlich gleichgesetzt mit dem Römischen Reich. Dass die Erhungenschaften des Römischen Reiches sind für die gesamte Antike gültig. Es stimmt natürlich nicht. Das antike Griechenland war eine völlig andere Baustelle als das antike Rom. Antike Griechenland war sehr viel verschachtelter, sehr viel mehr Kleinstaaterei. Und einige von denen waren vergleichsweise fortschrittlich oder hatten den Reichtum, um sich großartige Bauten zu leisten. Andere waren in der ganz anderen Liga. Also da muss man schon sehr genau gucken. Und in der Antike, wir haben Gelehrsamkeit, wir haben die größten Errungenschaften, wir haben eine unfassbare Infrastruktur. Und das Mittelalter kackt dagegen komplett ab. Das Mittelalter hat nichts davon. Das Mittelalter ist ein Rückfall in eine dunkle Zeit ins Barbarentum. Viele dieser Ideen sind mittlerweile in der Diskussion schon lange überholt. Also allein schon dieser Untergang des Römischen Reiches. Das Römische Reich geht an sich nicht unter. Es transformiert sich. Auf der einen Seite lebt das Oströmische Reich fort. Byzanz verändert sich aber seinerseits vollkommen. Andererseits gibt es ein Nachfolgereich. Und die Idee, dass die Barbaren Rom zerstören, das haben wir spätestens seit dem 19. Jahrhundert. Hier habt ihr eine spätere Darstellung, ist eben 19. Jahrhundert. Da habt ihr eben genau diese Vorstellung. Nackte Barbaren plündern das wundervolle Rom. Da stimmt schon ganz viel nicht an diesem Bild. Weder waren die Barbaren nackt, noch war das Rom, das sie geplündert haben, in diesem großartigen Zustand. Und auch Rom hat eine Stagnation in sich schon gehabt. Innerhalb des Römischen Reichs haben wir schon eine Stagnation. Man kann es Verfallserscheinungen nennen, wenn man diesen Blickwinkel beibehalten möchte. Ich würde es nicht tun. Aber es ist deutlich nicht mehr das marmor-weiße Rom der frühen Kaiserzeit. Also den Höhepunkt hat auch das Römische Reich von ganz alleine überschritten. Auch die Zerstörung der Bibliothek von Alexandria, da wird gerne der große Brand genannt. Der ist nicht nachweisbar. Es gibt diesen großen Brand nicht. Da gibt es auch die unterschiedlichsten Geschichten. Mal sind es Christen, mal sind es übrigens Muslime, weil irgendein Kalif die Stadt erobert hat. Und als er gefragt wurde, mit der Bibliothek umzuspringen sei, hat er gesagt, die Bücher, die dem Koran entsprechen, die brauchen wir nicht. Wir haben den Koran und die Bücher, die dem Koran nicht entsprechen, um die ist es nicht schade. Auch diese Zerstörung hat es nicht gegeben. Auch das ist ein langsamer Verfall. Es ist nicht nachweisbar, wann diese Bibliothek verfallen ist, wann sie zerstört wurde. Wahrscheinlich ist es tatsächlich eher, dass es keine Sponsoren mehr gab, dass niemand mehr sich darum gekümmert hat. Die Bücher oder die Papyri in andere Einrichtungen kamen und die Bibliothek als sonst nicht mehr fortgeführt wurde. Aber eine wirkliche Zerstörung als Ereignis können wir überhaupt nicht nachweisen. Vor allen Dingen aber gab es noch jede Menge andere Bibliotheken. Es gab in Rom Bibliotheken, es gab in Konstantinopel eine ganz wichtige Bibliothek, die bei einem Brand tatsächlich komplett zerstört wurde. Ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, 120.000 Papyri oder so was auf einen Schlag weg. Was wir tatsächlich haben, wir haben keine Kontinuität zwischen den mittelalterlichen, zwischen den antiken Bibliotheken und den mittelalterlichen. Da haben wir tatsächlich eine Lücke. Und als es weitergeht, sind die Bibliotheken sehr viel kleiner. Es sind meistens christliche Bischöfe, die eigene Bibliotheken haben. Aber da reden wir vielleicht von 100 oder 200 Kodizes. Die Lücke da ist aber gar nicht so sehr Zerstörung, sondern die Lücke ist eben der Übergang von Papyrus auf Pergament. Die Entwicklung des Kodex als Buchform oder überhaupt als Schriftform. Und da haben wir genau die Lücke, denn alles, was nicht in einen Kodex übertragen wurde, von Papyrus auf Pergament, das ist verloren gewesen. Und da ist eine Auswahl getroffen worden. Und diese Auswahl, die hat hauptsächlich antikes Wissen oder antike Schriftstücke in die Vergessenheit befördert. Nicht, weil sie zerstört wurden, sondern einfach, weil sie nicht weitergeführt wurden. Und Papyrus ist zwar ein guter Beschreibstoff, vor allem wenn er trocken gelagert wird, aber er hat eine ganz andere Lebensdauer als ein Pergamentbuch. Wir haben aus Ägypten relativ viele erhaltene Papyrie. Aus dem Mittelalter, aus dem Mittelmeerraum haben wir sehr, sehr viel weniger. Da ist wirklich eine ganz große Zäsur. Da fehlen viele Stück. Aber ein Hauptgrund ist eben diese Übertragung in den Kodex. Gleichzeitig haben wir eben auch Kontinuität nach der Transformation des Römischen Reiches. Also klar, die Barbaren fallen ein, die Barbaren gründen eigene Reiche, hängen sich aber relativ häufig ans Römische Reich an und nutzen auch die Möglichkeiten. Nehmen wir Kaiser Karl in Aachen, der eine römische Therme wieder weiter betreibt. Auch die Baukunst, da haben wir Kontinuitäten, auch in der Kunst. Es gibt die sogenannte Karolingische Renaissance und hier haben wir zum Beispiel mal ein Beispiel, das ist der Einband des Lorcher Evangelias. Da sehen wir eine ganz deutliche Kontinuität zur römischen Kunst. Wenn wir aber in die Buchmalerei mal gehen, hier ist ein ganz spannender Punkt. Das erinnert uns schon sehr an Ikonen. Zum Beispiel heutige russische Ikonen. Und da haben wir eine Änderung in der Kunst, die wir sowohl im Westtrömischenteil haben, also dem, was eben das Karolingische oder das Frankenreich wird, als auch im Oströmischen Reich. Die byzantinische Kunst ändert sich sehr, sehr stark. Die byzantinische Kunst geht in die Richtung der Ikonenmalerei eben. Und das haben wir in beiden Bereichen. Also diese ganz großartigen Kunstwerke des klassischen Altertums, die verschwinden auch schon innerhalb des Römischen Reiches. Auch da ändert sich in der Spätantike sehr, sehr viel. Da kann man nicht sagen, die Barbaren sind gekommen, haben alles zerstört und seitdem gibt es die römische Kunst nicht. Das ist viel, viel komplexer. Gleichzeitig wird weiter Großes gebaut. Wir haben hier den St. Gallener Klosterplan. Das ist der Originalplan. Und hier haben wir eine Rekonstruktion. Die Klöster sind jetzt die geplanten Bauwerke, welche die Römer Planstädte gebaut haben. Haben wir im Frühmittelalter Plan-Klöster. Zum Teil mit ziemlich großem Ausmaß. Hier haben wir eben so ein vergleichsweise großes Kloster. Und diese Klöster haben wir überhalb Europa verteilt. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und da kommen wir zum zentralen Unterschied zwischen der Antike und dem Mittelalter. Die Zentralisierung oder Dezentralisierung. Gerade das Römische Reich ist ein zentralisiertes Reich. Es gibt eine zentrale Verwaltung. Natürlich gibt es auch Vor-Ort-Verwaltung, aber das Ganze wird zentral gesteuert. Das Mittelalter als Ganzes ist dezentralisiert. Und zwar in allen. Wir haben keine Verwaltung mehr. Also der Kaiser, die Könige können gar nicht mehr ihr Land komplett verwalten. Sie geben es an Basallen ab, geben es an Subunternehmer quasi ab, die das Ganze verwalten. Und die Verwaltung wird immer kleinteiliger. So ein Kloster, das funktioniert, ist ein funktionierender Wirtschaftsfaktor, aber im kleinen Maßstab. Eine Burg ist eigentlich nicht viel anders. Auch relativ aufwendig zu bauen. Auch mit ihrem eigenen Mikrokosmos. Das funktioniert. Im gesamten Frühmittelalter haben wir diese Entwicklung sehr, sehr stark. Ich meine, wir haben einen Zusammenbruch von Dingen. Wir haben das Straßensystem, der Artikel. Das gibt es nicht mehr. Ja, ich weiß, die Straßen wurden von Legionären gebaut, nicht von Sklaven, aber die Sklaven haben sie instand gehalten. Und es gab eine zentralisierte Instandhaltung. Und es gab eine zentralisierte Versorgung des Systems von Wagenstationen, von Posten. Die gibt es nicht mehr. Straßen müssen dezentral unterhalten werden. Ein Ritter bekommt das Recht, Straßenzoll zu erheben und dafür muss er die Straße instand halten. Das ist das Mittelalter. Und dementsprechend gehen die Straßen zurück. Erhaltene Straßen werden benutzt. Andererseits die Idee, dass die Baukunst irgendwie zurückgegangen sei, weil das Wissen verloren gegangen ist. Da haben wir Gegenbeispiele. Im Mittelalter werden wieder Brücken gebaut. Die Brücke in Regensburg ist ein gutes Beispiel. Aber auch romanische Kirchen. In der romanischen Baukunst haben wir wieder eine Fortführung einer römischen Tradition. Und hier haben wir den Dom von Speyer. Das ist schon ein ziemlich großes Gebäude. Es ist die größte romanische Kirche der Welt. Gab es, weil ich weiß, mal größer, aber heute ist es wieder und wurde auch damals als größte gebaut. Durchaus beeindruckend. Und spätestens, wenn wir dann im Mittelalter fortgehen und in die Gotik kommen, das ist die Elisabetenkirche in Marburg, die erste gotische Kirche in Deutschland, und dann am Ende beim Kathedralenbau angekommen sind. Hier haben wir das Freiburger Münster. Das sind Dinge, die hat das Mittelalter, hat die Antike so nie hinbekommen. Also das Mittelalter ist nicht komplett ein Rückschritt. Gerade im technischen Bereich gibt es viel auch in der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft des Frühmittelalters ist an vielen Orten fortschrittlicher als die der Antike. Und man darf nicht vergessen, die Bauern in der Antike waren keine aufgeklärten, gebildeten, freien Römer. Das waren Sklaven oder zumindest Leute in einfachen Lebensverhältnissen. Und für 90% der Bevölkerung der Antike hat sich wenig verändert durch den Untergang des Römischen Reiches. Also da waren jetzt andere Herren, klar, aber sie arbeiten immer noch auf dem Acker wie vorher. Wenn sich etwas verändert hat, dann für die städtischen Eliten. Und ja, der Untergang des Römischen Reiches ist der Untergang der städtischen Eliten. Ob das jetzt so der Punkt ist, den man betrauern muss, weiß ich nicht. Nichts gegen die Antike. Der Antike hat uns großartige Dinge hinterlassen. Aber die Idee immer, die Antike als positives Gegenbeispiel zu setzen, dem auch noch irgendwelche Freiheiten zuzugestehen. Ja, die Leute in der Antike seien freier gewesen, weniger abergläubig und ähnliches. Das ist schon ziemlich absurd. Also wir haben auch Aberglauben im Mittelalter, aber in der Antike gibt es Storys, die sind wirklich schräg. Gerade so im Griechenbereich, was Götterglauben angeht. Sokrates hat sich wegen Gotteslästerung umbringen müssen. Ja, also so sieht es aus. Aber grundsätzlich, ja, es gab natürlich eine Stagnation. Aber ob es jetzt der große Rückschritt ist, ob die Idee dieser 1000 Jahre, die wir verloren haben, durch das Mittelalter richtig ist. Es gibt ein wunderbares Gegenargument. Dieses Argument ist nämlich völlig eurozentrig. Es gibt außerhalb Europas noch ein bisschen mehr. Wenn wir ohne das Mittelalter jetzt schon irgendwie außerhalb des Sonnensystems Raumfahrt betreiben würden, warum tun die Chinesen das nicht? Die Inder? Die Araber? All diese Hochkulturen, die schon da waren, warum? Wo fehlen denen die 1000 Jahre? Da ist ein Problem. Denn die Idee, dass das Fortschritt immer weitergeht. Wir erleben es gerade. Wir erleben gerade, was passiert, wenn ein Rohstoff knapp wird, wenn Strukturen, die so da waren, wegfallen. Also ich möchte ganz gern wissen, was wir in 10 Jahren darüber sagen, was uns unsere momentane Energiekrise gekostet hat. Bin ich sehr, sehr gespannt. Aber diese Idee des stetigen Fortschritts, dass das römische Reich sich ohne die Zäsur einfach immer weiterentwickelt hätte, halte ich für sehr fraglich. Vor allem, weil die Verfallserscheinungen in Anführungszeichen ja schon in der Antike anfangen. Wie gesagt, da kommt nicht der christliche Mob und zerstört alles. Wir haben solche Fälle. Wir haben Zerstörung durch christliche Mobs. Andererseits wird das auch völlig überfordert. Es gibt glaube ich, wie heißt dieser Film? Agora, Säulen des Himmels. Das ist so ein ganz, ganz furchtbarer Film, der eben genau diese Geschichte erzählt vom christlichen, entfesselten Mob, der Morden und Zerstören durch die Stadt zieht. Und die Wirklichkeit sieht anders aus. Also gerade in dem Fall wurde sehr, sehr viel gebogen, um diesen Film hinzubekommen. Der zweite Punkt, der mir immer sehr gut gefällt, das monolithische Mittelalter. Das Mittelalter, wir reden da sowieso von einem Begriff, wir reden da von tausend Jahren, die wir einfach mal in die Epoche reinstecken. Und die einzige Existenzberechtigung, die dieser Begriff überhaupt hat, ist die Abgrenzung zur Neuzeit und die Abgrenzung zur Antike. Ja, es ist eine Mittelzeit, deswegen nennen wir es Mittelalter. Aber diese tausend Jahre in einen Begriff zu bringen, ganz, ganz schwierig. Denn was hat das Frühmittelalter im 6. Jahrhundert mit dem 15. Jahrhundert zu tun? Da sind so viele Unterschiede, so viele Entwicklungen dazwischen. Das wird gerne weggelassen. Wir haben gerne das Mittelalter. Da haben wir die Stadt. In der mittelalterlichen Stadt. Dabei wird vollkommen verkannt, dass die Stadt, von der wir reden, die mittelalterliche Stadt, von diesen tausend Jahren, etwa 250 Jahre einnimmt. Also die Idee, die Stadt mit Stadtmauer und Selbstverwaltung, einem Rat, all das, was zu einer Stadt gehört, das sind wir im Spätmittelalter. Im Hochmittelalter gibt es natürlich Städte, aber die sind noch anders aufgebaut. Da haben wir doch keine Selbstverwaltung. Das kommt alles sehr, sehr spät. Auch ganz viele Dinge. Ich meine, nehmt euch den Ritter mit seinem Schild in dem Wappen drauf. Das sind wir im Spätmittelalter. Die Heraldik taucht im 12. Jahrhundert auf. Vorher, 700 Jahre, keine Heraldik. Nix. Es gibt die Bauern. Noch viel Schöner. Die Bauern sind alle gleich. Es gibt keinerlei Unterscheidung. Es gibt nicht den reichen Hofbauern. Es gibt nicht den armen Knecht. Es gibt, es sind immer die Bauern. Und die Bauern schuften den ganzen Tag. Kein Vergnügen, kein Wohlstand, nichts. Die Bauern schuften. Und dann ein Satz immer. Die Leute im Mittelalter dachten. Die Gedankenwelt im Mittelalter ist genauso einheitlich. Die ist genauso bei allen gleich. Wir haben das monolithische Mittelalter. Ohne jede soziale Immobilität. Ohne jede Entwicklung. Es gibt keine Entwicklung in der Geisteshaltung. Es gibt keine Entwicklung in technischen Dingen. Das ist schlicht falsch. In den tausend Jahren passiert unfassbar viel. Wir haben riesige Entwicklungen. Wir haben Einschnitte. Wir haben Bevölkerungsexplosionen. Also wir haben wirklich bis ins Hochmittelalter. Ende des Hochmittelalter ist eine Bevölkerungsexplosion, die gewaltig ist. Wir haben eine unfassbare Veränderung der Landschaft. Es wird sehr, sehr viel geroden. Die Wälder werden fast knapp. Da passiert richtig viel. Und dann haben wir ab dem späten Hochmittelalter eine Explosion der Städte. In einem Jahrhundert verzwanzigfacht sich die Zahl der Städte. Also haben wir eine riesige Mobilität der Menschen vom Land in die Stadt. Und auch innerhalb der Adel, wenn wir uns anschauen, das Rittertum entsteht überhaupt erst um das Jahrtausend. Also die Hälfte des Mittelalters entsteht das Rittertum, wie wir es kennen. Vorher gab es das so nicht. Wir reden da von einer Veränderung von Stammesstrukturen, von Familienverbänden zu einer Feudalgesellschaft. Riesige Änderungen wird gerne vollkommen gesehen. Es ist das Mittelalter. Und das Mittelalter ist ja immer gerne mittelalterliche Zustände. Davon wird gesprochen, wenn wir heute irgendwas Negatives haben. Das ist immer mittelalterliche Gedankenwelt. Aber von welchem Mittelalter da genau gesprochen wird, das wird nie genauer unterteilt. Schade, denn dieses modellitliche Mittelalter, das gab es nicht. Ganz abgesehen natürlich von regionalen Unterschieden. Also wir reden hier von einem ganzen Kontinent. Da gibt es gewaltige regionale Unterschiede. Und nehmen wir zum Beispiel alleine Frankreich. Die Gedanken, ja, Nordfrankreich ist fränkisch. Da haben wir in Anführungszeichen germanische Stammesstrukturen. Der Süden, Provence und so, das sind alles Strukturen, die im Prinzip auf römischen Strukturen basieren. Das sind die alten Grundherren, die römischen. Da geht es fast ohne Zäsur weiter. Und auch die Sprache ist unterschiedlich. Im Norden wird eben französisch gesprochen oder die Vorgänger davon. Im Süden wird okzidentalisch gesprochen. Dann gibt es eine ganz schräge Menge an Vorstellungen. Es wird den Menschen abgesprochen, überhaupt zurechnungsfähig zu sein. Und das klingt jetzt albern, aber genau das wird gesagt. Da gibt es so Ideen, wie die Menschen da, ihr kennt das, Wasser war verschmutzt. Also haben die Leute Bier getrunken. Waren also alle betrunken. Den ganzen Tag. Das denke ich mir nicht aus. Das sagen die Leute tatsächlich. Es kommt doch schlimmer. Es kommt wirklich noch eins drauf. Haben wir schon besprochen. Wir reden von Dünnbier. Wir reden nicht von Starkbier. Natürlich hat man Wasser getrunken, denn Wasser war nicht immer verschmutzt. Wie gesagt, aus ekligem Wasser mache ich kein gutes Bier. Aber das ist tatsächlich ein Narrativ, das wir immer wieder haben. Und eins drauf, dann kommt das Mutterkorn. Das ist tatsächlich etwas, was so in den 60er Jahren mal als These durchaus diskutiert wurde. Mutterkorn, also im Prinzip, wenn man es grob sagt, LSD-Vergiftung. Die Menschen waren berauscht. Es gibt die These, die Menschen waren alle nicht zurechnungsfähig, weil sie die ganze Zeit Mutterkorn gegessen haben. Dagegen spricht ist das, was Mutterkorn wirklich macht. Es gab im Mittelalter das St. Antoniusfeuer als Krankheit. Das ist nämlich eine Mutterkornvergiftung, eine chronische. Da sterben Gliedmaßen ab. Also da gibt es, es gibt den, es gibt einen ganzen Orden dafür, den Antonieter Orden, der sich mit den Opfern des Antoniusfeuer beschäftigt, die pflegt und die versorgt. Also wären die alle an Mutterkorn vergiftet, dann hätten sie alle ihre Gliedmaßen verloren oder zumindest viele. Aber allein die Idee, die Vorstellung ist in einer, in einer, in einem Zeitalter der Leute alle kollektiv vergiftet und wahnsinnig waren. Muss man erst mal drauf kommen. Noch weiter geht es dann, wenn tatsächlich von namhaften Autoren den Menschen im Mittelalter im Prinzip ihre geistliche und sittliche Reife abgesprochen wird. Mein Lieblingsbeispiel Barbara Tuchmann, Der ferne Spiegel. Ein Buch, das ich wirklich, ich finde es ganz furchtbar. Darin erzählt sie, wie kindig die Gefühlswelt eines französischen König sei. Und das Beispiel, das sie dazu wählt, ein König erobert eine Stadt. Ich meine, es war Kallee, in Kallee gibt es aber zumindest das Beispiel. Und die Bürger, die Widerstand geleistet haben, die verurteilt er zum Tode. Also den Rat lässt er kommen, im Büßerhemd mit einem Strick um den Hals, um sie hinzurichten. Und die Gemahlin des Königs, die bittet flehentlich um Gnade. Ich glaube, Kallee war es der englische König. Und aufgrund der Bitten der Königin begnadigt er dann all diese Leute. Und das nimmt diese Autorin als Beispiel für die Sprunghaftigkeit und Wechselhaftigkeit dieses Königs. Problem ist, wir haben genau dasselbe Spiel auch in anderen Städten. In Gent zum Beispiel, im 16. Jahrhundert. Die Bürger kommen mit einem Strick, werden begnadigt. Könnte man dann auf die Idee kommen, dass es sich um eine relativ gut geplante Inszenierung handelt? Denn dieser König will nicht den Stadtrat hinrichten. Das ist nicht sein Ziel. Er will die schon gerne behalten. Er will ihn aber ordentlich zeigen, er ist der König. Er ist der Gestrenge. Seine Frau ist die Gütige. Am Ende lebt der Rat. Sie hat den Denkzettel bekommen. Wenn es so oft vorkommt, könnte man auf diese Idee kommen. Aber lieber wird den Menschen abgesprochen, fertig entwickelte Menschen zu sein. Die werden zu Kindern degradiert. Und das ist eine Geisteshaltung, die wir sehr, sehr häufig haben. Dass den Menschen im Mittelalter weniger geistige Tiefe zugesprochen wird. Eine gewisse Naivität wird ihnen zugesprochen. Auch wenn die alles möglich glauben. Die Menschen im Mittelalter glauben das. Sie hatten von diesem Angst und vor jedem Angst. Sie haben geglaubt, ob die Erde jetzt gerade eine Scheibe ist oder die Leute Angst vor Gewitter hatten oder sonst irgendetwas. Die Menschen im Mittelalter dachten immer das. Ich kann verstehen, dass man Geschichte so sieht. Aber das ist eine sehr unhempathische Haltung. Und gerade aufs Mittelalter, auch da wieder, das Mittelalter ist nicht eintönig, nicht gleichförmig. Sollte man da deutlich differenzierter herangehen. Natürlich gab es im Mittelalter naive Menschen. Aber es gab eben auch Leute, die alles andere als naiv waren. Die erfolgreich waren in dem, was sie tun. Die großartige Ideen hatten. Also diese Unzurechnungsfähigkeit der Leute ist tatsächlich etwas, was vergleichsweise häufig vorkommt. Und bevor ich sehr, sehr warnen möchte. Dieses Narrativ. Hier haben wir die Bürger von Calais. Es ist ganz bekannt. Auguste Rodin hat diese Skulptur gemacht. Das sind eben die Bürger, die vor ihren König treten. Auch als Buchmalerei gibt es das hier eben. Der König und die buchstätigen Bürger, die den Schlüssel übergeben, ist, wie gesagt, als Beispiel häufiger zu finden. Dann ein großer Liebling. Die allmächtige Kirche. Es gibt ständig irgendetwas, was die Kirche verboten hat. Die Kirche hat verboten, dass die Menschen nicht baden. Die Kirche hat verboten... Was hatten wir letztens die Kirche gerade... Was hatten sie verboten? Ähm... Ja, Katzen. Richtig. Das war das Tolle. Ihr müsst wissen, die Pest ist ausgebrochen, weil die Kirche hat die Katzen als Vertraute der Hexen verfolgt. Und deswegen wurden Katzen getötet und dadurch gab es mehr Ratten und die haben die Pest ausgelöst. Die Pest Mitte des 14. Jahrhunderts. Die Hexenverfolgung im 16. Jahrhundert. Das ist so ein ganz typisches Narrativ. Oder ein anderes schönes Beispiel hat jetzt nichts mit dem Thema, bei dem ich gerade mit dem zu tun habe. Im Mittelalter wurde Essen immer überwürzt, aber Gewürze waren so teuer, dass nur Könige sie sich leisten könnten. Ich liebe es, wenn sich Dinge so direkt widersprechen, aber diese Vorstellung, diese Erzählung ist natürlich sehr, sehr häufig. Die Kirche hat dieses und jenes verboten. Immer wieder. Armbrust. Verboten. Ich meine, hat sie tatsächlich verboten. Dahinter steckt aber eine andere Vorstellung, nämlich die Kirche als allmächtige Einheit, als allmächtige Institution. Und die gab es nicht. Im Mittelalter haben wir keine allmächtige Kirche. Das ist eine vollkommen schräge Idee. Denn die Kirche taumelt im Prinzip in ihren eigenen Problemen. Es fängt schon in der Spätantike an. Da haben wir den arianischen Streit um die Dreifaltigkeit zwischen großen Gruppen. Dann gibt es das Konzil von Nicea, dass das halbwegs wieder gerade biegt. Man findet eine Einigung zwischen Ost- und Westkirchen. Da geht es dann direkt weiter. Wir haben dann das morgenländische Schisma von 1054, bei dem sich die Ost- und die Westkirche gegenseitig exkommunizieren. Und Schismas bis heute anhält nebenbei. Dann kommt es zum Zölibatstreit. Um das 10. Jahrhundert wird der Zölibat immer mehr eingeführt. Bis dahin waren ein Großteil der Priester verheiratet. In der Ostkirche sowieso, in der Westkirche auch. Und der Bischof von Passau wird von seinen erzürnten Priestern fast gelünscht, weil er auf dem Zölibat besteht. Und die hatten alle ihre Frauen. Auch da sehen wir riesige Schwierigkeiten. In der Kirche haben wir auch immer wieder Reformbewegungen. Die Vorstellung ist, dass das auch ein monolitischer Block ist, in dem nichts passiert. Vollkommen falsch. Wir haben die Klosterbewegung. Benedikt von Nursia mit seinen Klosterregeln. Dann haben wir die kluniazenische Klosterreformen, die sich weit verbreitet. Am Ende kommen die Battle-Orden und eigentlich ist es immer dasselbe Spiel. Die Kirche wird satt und zufrieden. Dann kommt eine neue Gruppe junger Priester, junger Geistliche. Die sagen, wir wollen zurück zum alten Wahren. Wir wollen zur Einfachheit, zur Armut. Wir wollen das wahre Christentum haben. Die gründen neue Orden. Die werden auch anerkannt. Und irgendwann sind das die Satten. Und zweieinhalb Jahre später kommt die nächste Reformbewegung. Die sagen, wir wollen zurück zum wahren Christentum. Und die Reformationen, die Protestanten, sind eigentlich nichts anderes als eine dieser üblichen Reformwellen. Auch zeitlich passen die genau. Die dann aus dem Ruder gelaufen sind und ihre eigene Kirche gemacht haben. Aber diese Reformbewegung haben wir immer wieder. Das gesamte Mittelalter. Auch Laienbewegung. Wir haben ganz viele Abspaltungen, gegen die auch vorgegangen wird. Da haben wir das Thema Inquisition. Wir haben so etwas wie Beginenbegaden. Wir haben die Valdenser, Katara. Also ganz viele Gruppierungen, die etwas anderes wollen. Die auch teilweise ein Zurückwollen zum wahren Christentum. Am Ende kommt sogar das abendländische Schisma. Von 1378 bis 1417. Wir haben auf einmal zwei Päpste. Am Ende sogar drei Päpste. Also wo ist da die Einheit? Wo ist da die mächtige Kirche, die als Einheit dasteht, wenn sie sogar zwei Päpste haben und in sich gespalten sind? Über lange Zeit. Da haben wir einen Riesenstreit. Dann haben wir auch als weitere Reformbewegung die Konzilsbewegung. Es gibt mehrere Konzile. Bekannt ist in unserem Raum eben das Konzil von Konstanz. Genau da, wo eben das Schisma auch beendet wird. Da haben wir eine ganz spannende Entwicklung. Denn die Teilnehmer oder zumindest viele Teilnehmer des Konzils sind der Meinung, dass die Konzile über dem Papst stehen. Die haben die höhere Autorität. Dann haben wir einen Streit zwischen dem Papst als höchste Autorität und dem Konzil als höchste Autorität. Das ist ein ganz langer Streit. Auch da haben wir wieder keine Einheit innerhalb der Kirche. Also die Vorstellung, dass wir da so einen Machtapparat haben. Auch die Christianisierung läuft nicht so, ob das da einmarschiert wird und Leute mit der Waffe zum Kreuz bekehrt werden. Ja, ich weiß, Karl der Große hat irgendwie so und so viele tausend Sachsen umgebracht. Das ist auch eine Sache, die sehr, sehr umstritten ist. Die meisten Wissenschaftler heute gehen davon aus, dass es in der Form nicht passiert. Zwangskristianisierung haben wir teilweise, gibt es. Aber im Großen und Ganzen ist die Christianisierung erstens anders abgelaufen und zweitens auch nicht mal von der Amtskirche aus. In unserem Breitengraden waren es die iroschottischen Mönche, die eben aus Irland und Schottland kamen. Und die haben einen Großteil unserer Region christianisiert. Auch da haben wir nicht die Zentralgewalt. Es gibt irgendwann natürlich mächtige Zentralgewalten, aber die Kirche ist sich nie einig. Es gibt immer Streit. Es gibt immer Konflikte zwischen den Bischöfen, dem Papst. Es gibt zwischen einzelnen Orden Konflikte. Also die Forschenden, die in der Lage sind, solche Verbote durchzuführen. Schwierig. Nehmen wir das Verbot der Armbrust. 1139, glaube ich, wird immer gerne genommen, die Kirche hat die Armbrust verboten. Dann sehen wir eine moderne Armbrust des 50. Jahrhunderts. Wir reden von 1139. Sehr, sehr, sehr früh. Das hat keine großen Auswirkungen. Was bringt dieses Verbot? Es wurde kaum berücksichtigt und es hat am Ende auch keinerlei Auswirkungen. Es ist ein 300 Jahre altes Verbot, das keinen Menschen mehr interessiert. Also da ist überhaupt nicht die Möglichkeit, jemanden deswegen zu belangen. Wo die Möglichkeit da ist, nehmen wir die Inquisition. Auch da ein schwieriges Thema. Inquisition aus heutiger Sicht verdammenswert, weil Andersdenkende verfolgt werden. Aber bei weitem nicht in dem Rahmen, wie man das jetzt gerne vorstellt. Also der massenmordende Inquisitor ist eine ziemlich neue Idee. Tatsächlich, ich glaube die Anzahl der Todesstrafen liegt bei so zwei Prozent der verhandelten Fälle. In vielen Fällen ist die Inquisition ein Klaps auf die Hand. Die Leute sollen zurückgeholt werden auf den Glauben. Erst bei wiederholten Verhandlungen wird es dann irgendwann fies und irgendwann kommen die Todesstrafen. Die spanische Inquisition ist nochmal was anderes. Die kann man eigentlich zusammenfassen als staatlichen, gelenkten Terror gegen Konvertiten. Jüdische und muslimische Konvertiten zum Christentum. Da ist viel Terror dabei. Auch die nicht so stark, wie man es gerne sieht. Und lustigerweise, die spanische Inquisition hat im Prinzip die Hexenverfolgung verhindert. Weil sie gesagt haben, dann befassen wir uns nicht. Wir machen hier keine Hexenverfolgung. Schräg. In die Hexenverfolgung später ist die Inquisition übrigens nur sehr sehr wenig involviert. Eigentlich fast gar nicht. Es gibt zwar kirchliche Hexenverfolgung. Zum Beispiel in den fränkischen Bistümern Bamberg, Würzburg und Eichstätt. Da ist es tatsächlich die katholische Kirche, die hinter den Hexenverfolgungen steckt. Im Konflikt mit den reformierten Städten. Da hat die Inquisition aber quasi nichts mit zu tun. Wie gesagt, ich möchte hier nicht die Inquisition verteidigen. Aber das, was ihr gerne vorgeworfen wird, haben wir so eigentlich nicht. Lustigerweise, was verboten war, ist die Bibel. Das sieht man auch gerne. Bibelverbote. Der Privatbesitz der Bibel war verboten, wenn es um Übersetzungen geht. Die gab es schon relativ früh. Da reden wir vom Hochmittelalter, dass es da übersetzte Bibelstücke gab. Und die sollten die Laien nicht besitzen. Denn die Übersetzung, da die oft nicht gut war, fürchtet man eine Fehlinterpretation. Die Leute sollten oft eine falsche Vorstellung bekommen. Sie sollten vom Warenklauben abgehen. Es gibt ausdrücklich, wenn jemand die Vulgata im Lateinischen Version besitzen will. Soll er tun. Ist erlaubt. Alles, was an volkssprachigen Bibelversetzungen da ist, sollte eingezogen werden. Sollte verbrannt werden. Sollte zerstört werden. Sollte nicht privat besessen werden. Das gab es tatsächlich. Aber auch da sehen wir wieder, wie großartiges umgesetzt werden konnte. König Wenzel. Auf der einen Seite bestätigt er das Verbot und lässt quasi zur selben Zeit die Wenzelsbibel volkssprachlich schreiben. Er hat sich selbst nicht dran gehalten. Also da sehen wir wieder, die Kirche hatte Macht. Sie konnte gratis. Exkommunikation war ein Machtmittel. Aber es hat Grenzen. Die unfassbar mächtige totalitäre Kirche, wie sie gerne genutzt wird, die gab es nie. Ich verstehe manchmal nicht, was dahinter steckt. Will man da dem Mittelalter eine Diktatur aufdrücken? Muss da ein totalitäres Regime herrschen? Ist das so aus dem 20. Jahrhundert heraus unsere Abneigen gegen totalitäre Regime? Müssen wir deswegen im Mittelalter auch eins verpassen? Denn wenn das Mittelalter etwas überhaupt nicht hat, dann sind es solche Regime. Auch der Kaiser, auch Könige hatten nie solche Machtfülle. Die waren nie in der Lage, eine groß angelegte Verfolgung zu machen. Und wenn sie es versucht haben, ging es nicht wirklich gut. Also wir haben zum Beispiel die Verfolgung des Templerordens. Aber auch das war innerhalb des Machtbereichs des französischen Königs. Und der war nicht so wahnsinnig groß. Dann als vierten Punkt. Die Menschen waren körperlich anders. Das ist ganz wichtig. Die Menschen waren körperlich anders als wir. Das fängt schon an bei den kleineren Menschen. Die Menschen waren kleiner als wir heute. Viel kleiner. Teilweise absurd klein. Ich war auf einer Burg und da wurde meine Tochter, die damals war 1,20, gesagt hat, sie wäre normal für einen mittelalterlichen Menschen. 1,20? Wir reden doch nicht von Pygmäen. Und da gibt es vor ein paar Jahren eine Metastudie von Richard Stackel, einem amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler interessanterweise. Größenforschung werden gerne von Ökonomen durchgeführt. Allerdings, wie gesagt, eine Metastudie hat alte Studien ausgewertet und große Vergleichszahlen gemacht. Und er kam für das Mittelalter bei einer Durchschnittsgröße bei Männern bei etwa 1,70, bei Frauen bei 1,56 raus. Das ist nicht gerade klein. Also heute zum Vergleich, wir liegen gerade bei 1,80, also 10 cm mehr bei Männern und bei Frauen 1,66 auch 10 cm. Dabei muss man bedenken, dass wir bei Männern vor 20 Jahren noch bei 1,77 lagen, also 3 cm weniger. Sprich, der Mensch war etwa 10 cm kleiner als wir heute im Schnitt. Es sind jetzt keine Zwerge. Auch nicht riesig, aber es ist nicht klein. In der Neuzeit nimmt das deutlich ab. Also sieben Zentimeter weniger. Wir haben im 18. Jahrhundert 1,63 m als Durchschnittsgröße. Deutlich, deutlich kleiner. Es gibt ganz viele Faktoren. Ernährung spielt eine Rolle. Im Mittelalter war die Ernährung nicht schlecht. Wir haben erstmal ein großes Bevölkerungswachstum bis ins Hochmittelalter. Was deutlich zeigt, es war Nahrung da. Dann haben wir einen starken Rückgang. Pest, auch soziale Punkte. Aber das Ganze verbessert die Versorgungslage sogar. Denn die schlechteren Böden werden zuerst aufgegeben. Sprich, der Ertrag pro Hektar wird größer. Die Arbeitskräfte sind Mangelware. Sprich, die Löhne steigen. Eigentlich ziemlich gute Sache. Die Nahrungsmittelpreise sinken durch das Angebot. Die Löhne steigen nicht schlecht. Und tatsächlich haben wir in der Zeit eine relativ hohe Durchschnittsgröße. Was da gerne reinfällt, ist dann das Klima. Ja, wir haben ein Klima-Optimum im Hochmittelalter. Wir haben da einen halben Grad mehr Temperatur, was zu besseren Ernten führt. Und dann kommt die kleine Eiszeit. Die wird gerne als Grund dafür angenommen. Da haben wir ein Problem. Kommen wir gleich nochmal drauf. Die These ist ein bisschen schwierig. Aber die Menschen waren nicht so viel kleiner. Sie waren kleiner, aber nicht so viel kleiner. Kleinere Türen und solche Scherze haben andere Gründe. Liegt nicht daran, dass die Menschen alle winzig waren. Auch letztens waren es ja mit den Ritterpferden alle winzig klein. Das war ein Quatsch. Schlechte Zähne hatten sie natürlich auch alle. Das gehört dazu. Also in Romanen und sonst wo immer gerne schlechte Zähne. Lustigerweise war Karies sehr, sehr wenig verbreitet. Ich hatte gerade letztens in Brandenburg im Landesmuseum wieder Schädel aus Schlachten vor mir. Da hat eine Archäologin Waffeneinwirkung am Schädel erklärt. Und ich habe mir die Zähne extra angeguckt. Wir haben ein Loch gefunden. Ein Zahn hatte Karies. Ein einziges. Und leicht abgeschliffen waren die Zähne bei einigen. Aber nicht so stark. Wenn wir das zum Beispiel aus dem ägyptischen Raum haben. Da ist wirklich durch Sand im Brot und so die Zähne stark abgeschliffen. Eigentlich haben die erstaunlich gute Zähne. Liegt an der Ernährung. Liegt an Zucker. Liegt an Karies und solchen Dingen. Aber ist ein Klischee. Im Schnitt waren die Zähne nicht so schlecht. Gibt natürlich auch immer Gegenbeispiele. Aber jetzt wirklich so als Schnitt. Aber auch sowas wie Fahlerhaut. Ich glaube es gab im Stern vor Jahren mal einen Artikel. Da haben sie erzählt. Ja schön wären die Frauen nicht anzusehen gewesen. Mit eingefallenen Augen. Fahlerhaut und so. Und da wird wieder das Mittelalter als dauerhafte Mangelernährung genommen. Also dauerhaft ging es den Leuten schlecht. Und sie waren überarbeitet und schlecht und halbtot. Dann gucke ich mir die Bilder an. Ich meine wir haben die Bilder. Gucken wir uns mal an wie Menschen dargestellt werden. Hier habe ich einen Mann. Ja der ist für mich immer ein schönes Beispiel für das Einschnüren mit dem Wams. Ich behaupte diese Rötung ist vom Einschnüren des Wams. Es gibt andere Ansichten. Aber sie ist so ansonsten nicht so wahnsinnig auffällig. Bei der Frau sehen wir einen Unterschied. Da haben wir das schöne Ideal des Spätmittelalters. Sehr kleine Brüste und ein großes Becken und vor allem ein Bauch. Das sehen wir gleich nochmal krass. Wir haben nämlich einen niederländischen Meister mit Adam und Eva. Und beim Mann ist da wirklich so überhaupt nichts auffällig. Wenn wir den in moderne Klamotten stecken, dann sehen wir da nichts Ungewöhnliches. Also weder im Teint noch in der Ernährung. Das wäre heute ein gut aussehender Mann. Bei der Frau tatsächlich, da ist ein deutlicher Unterschied zu sehen. Dieser Körperbau ist heute, wenn auch kein Schönheitsideal. Und ich wüsste auch nicht, dass ich eine Frau kenne, die so eine Birnenform hat. War damals sehr, sehr populär. Ob das jetzt an Schwangerschaften, Nahrung oder wirklich nur Schönheitsideal liegt, weiß ich nicht. Wenn wir das Gesicht aber nehmen, auch die Frau, modern geschminkt mit modernen Klamotten. Da wäre jetzt nicht so, die wäre jetzt nicht so wahnsinnig auffällig. Und es zieht sich über ganz, ganz viele. Also wenn wir die Bildquellen anschauen, die Leute sehen nicht anders aus als wir. Wir sehen da keinen Unterschied. Wir erkennen nicht, ob das ein mittelalterlicher Mensch ist. Und die sind auch nicht alle fahl und sie haben nicht alle schlechte Zähne. Und furchtbar klein sind sie eben auch nicht. Sie müssen aber irgendwie von uns getrennt werden. Da muss irgendwie eine Lücke gemacht werden. Die müssen anders aussehen. Auch da wieder, der Mittelalter muss fremd sein. Das ist so ein Fertig, den ich auch nicht verstehe. Aber nicht nur das Aussehen der Menschen war anders. Auch die Gefühlswelt war natürlich eine völlig andere. Ich hatte eben schon so, die Menschen sind nicht voll zurechnungsfähig gewesen. Aber jetzt kommen zwei wichtige Dinge. Erstens, Kinder waren immer kleine Erwachsene. Und sowas wie Kinderliebe gab es auch nicht. Sterben ja eh schnell. Dann wurde auch gar nicht groß getrauert. Und Liebe gab es in der Form auch nicht. Also waren ja alle eh zwangsverheiratet. Und dementsprechend gab es auch keine Liebe. Kein Scherz. Das kann man so lesen. Das denke ich mir nicht aus. Auch wenn es so klickt. Hier haben wir auch durchaus Bilder, die das mehr oder minder stützen. Hier haben wir ein Bild einer Stifterin. Und dahinter sind vier Töchter zu sehen. Auf der anderen Seite ist der Mann mit seinen Söhnen. Aber ich habe das Bild hier ausgewählt. Ähm. Die beiden älteren Töchter sehen tatsächlich aus wie die Frau. Sie tragen Erwachsenenkleidung. Auch mit Haube und so. Ähm. Nicht davon ausgehen, dass es unbedingt verheiratet ist. Also unter die Haube bringen stimmt teilweise. Verheiratete Frauen tragen Haube. Unverheirateten nicht. Aber es gilt nicht überall. Die können genauso gut unverheiratet sein, aber anständig angezogen. Die beiden Jüngeren dahinter, die tragen, ja, das ist schwierig. Diese Schaube, die sie tragen, kann Erwachsenenkleidung sein. Werden wir aber auch gleich sehen, kann auch Kinderkleidung sein. Aber sie tragen zum Beispiel offene Haare. Ähm. Wir haben aber auch Darstellungen von Kindern, die wirklich als Kinder dargestellt sind. Hier aus der Däumstein-Handschrift. Das sind zwei Ammen und fünf Kinder. Und die tragen jetzt eben auch so eine Schaube, so ein Kittelschen. Sehr praktische Kleidung für Kinder. Tragen Jungen wie Mädchen. Denn schnell offen, auch wenn keine Windel getragen wird, ist das eine praktische Angelegenheit für die Kinder. Ähm. Solche Kittel sind relativ verbreitet. Und der eine Junge auf der rechten Seite, der spielt sogar schon mit einem Spielzeug. In dem Fall ist es so ein Windrad. Lustigerweise eher eine Lanze als ein Windrad. Wenn man drauf boostet, passiert gar nichts. Das ist aber ein Thema für ein andermal. Ähm. Und wir haben auch Erziehungsratgeber. Das Regiment der jungen Kinder. Hier ist das Titelbild. Und da sieht man eine Familie. Wir sehen ein Kind in einer Biege. Wir sehen ein Mädchen, das mit der Mutter spinnt. Und wir sehen einen Jungen, der gerade offenbar lesen lernt. Schöne Aufgabenteilung hier. Werden wir gleich ein Gegenbeispiel sehen. Ähm. In dem Buch geht es um Kindererziehung. Also da haben wir auch Quellen. Und äh. Hier haben wir ein Beispiel für einen Lehrer. Lustigerweise sehen wir einen Jungen und ein Mädchen. Das hintere dürfte ein Mädchen sein. Zumindest der Haube nach zu urteilen. Ähm. Das ist ein Alphabetbaum, ABC-Baum zum Lesen lernen. Ähm. Da muss man jetzt klar trennen in der Schulbildung. Reden wir von einer Schule oder reden wir von der Vorschulausbildung? Die meisten Kinder haben im eigenen Haushalt lesen und schreiben gelernt. In der Schule lernt man nicht lesen und schreiben. Das kann man normalerweise schon. Bei den Wohlhabenden haben wir Hauslehrer. Und da werden auch die Mädchen unterrichtet. Die gehen zwar später nicht auf eine Schule. Aber sie sind trotzdem, können trotzdem lesen und schreiben. Können solche Grunddinge. Einfach weil es Hauslehrer gibt. Muss auch kein spezialisierter Lehrer sein. Kann auch die Tante sein. Kann die Beginne sein. Gibt es ganz viele Möglichkeiten. Die Eltern selbst. Aber die sind nicht ganz von der Bildung ausgeschlossen. Nur von der höheren Bildung. Ähm. Schlimm genug. Und hier im Jahreslauf sieht man es ganz besonders. Das ist so aus, ich glaube das Tübinger Hausbuch. Und da sieht man den Jahreslauf. Und am Anfang wird ein Kind dargestellt. Und dieses Kind wird als Kind dargestellt. Es spielt mit einem Steckenpferd. Es ist nackt. Es spielt mit einer solchen Reiterlanze. Und da ist Spiel drin. Also hier wird ein Kind eben nicht als kleiner Erwachsener gesehen. Sondern es wird ihm zugestanden. Dieses Kind ist ein spielendes Kind. Und wir haben wahnsinnig viele Quellen über Spiel. Hier haben wir Federballspiel. Wir haben nochmal ein Steckenpferd. Oder eher eine Steckengans. Ein Bild, das ich ganz toll finde. Wir haben ein Puppentheater. Das ist schon relativ früh. Es gibt mehrere Bilder von Puppentheatern. Also auch da. Kindliche Begeisterung für ein Puppentheater. Seifenblasen sehen wir hier. Und dann gibt es als nicht mehr im Mittelalter im 16. Jahrhundert Peter Preugel Kinderspiele. Das ist ein Wimmelbild mit wahnsinnig vielen Arten von Spielen. Ich habe ein paar davon herausgesucht. Hier wird der Reifen getrieben. Das ist nicht mal ein junges Kind. Wir haben Reiterspiele, Reiterkampfspiele. Sehr, sehr beliebt. Wir haben den Kreisel. Also wir haben Beispiele dafür, dass Kinder Kinder sein dürfen. Dass Kinder spielen dürfen. Wir haben auch die Schriftquellen. Eneas Silvius Piccolomini, der spätere Papst Pius II. schreibt. Im Übrigen würde ich dem Kind, mit Ausnahme der Unsittlichen, kein Spiel verbieten. Mit Freunden Ball zu spielen, wozu der Johannes Hinderbach eine Anleitung geschrieben hat, finde ich richtig und lobenswert. Daneben gibt es das Reifenspiel und andere Kinderspiele, die nicht gegen die guten Sitten verstoßen und die deine Lehrer häufig gestatten sollten, damit neben der Arbeit auch Erholung und Körperertüchtigung Platz habe. Derselbe schreibt zum Thema Strafen. Das ist ja auch so ein Punkt. Natürlich wäre im Mittelalter, wie auch in der Neuzeit, Körperstrafen allgemein üblich, allgemein anerkannt, wird sogar zu geraten. Und hier ist dazu aber von Piccolomini eine Aussage. Also hier haben wir eine entsprechende Aussage. Und ja, im Mittelalter gibt es viele körperliche Strafen, auch bei Kindern. Auch Gewalt in der Ehe, ja, das Züchtigen einer Ehefrau gilt als normal. Verabschauungswürdigkeit aus unserer Sicht. Aber wir haben ja auch die entsprechende Gegensicht und dass die Menschen keine Kinderliebe hatten. Wir haben herzergreifende Briefe von Menschen, deren Kinder gestorben sind. Wir haben Trauer bei Kindern. Und natürlich, wenn man acht Kinder hat und weiß von Anfang an, die Hälfte davon wird sterben. Also wir haben teilweise Kindersterblichkeiten um 40 Prozent, teilweise weniger. Aber 40 Prozent kommen vor. Da muss ich im Prinzip davon ausgehen, von meinen acht Kindern werden drei bis vier sterben. Hurra. Toll. Ich weiß nicht, was das mit Menschen macht. Aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute nicht getrauert haben. Und Liebe und Trauer, das sind so menschliche Gefühle. Liebe insgesamt, da wird gerne gesagt, das entsteht erst später. Erst in der Romantik kommt die Vorstellung von romantischer Liebe. Wir haben aber Mindegedichte, wir haben herzzerreißende Liebesgeschichten. Und ja, in einer Gesellschaft, die Zwangsehen kennt, kann ich mir vorstellen, dass das anders ist. Dass auch Liebe außerhalb der Ehe stattfindet. Dass eben nicht die Frau das Objekt der Liebe ist, was wir an der Minde ganz, ganz deutlich haben. Andererseits die Vorstellung, dass überall Zwangsheirat ist. Bei den Erstgeborenen im Adel ziemlich sicher. Bei den Nachgeborenen sieht es schon anders aus. Und bei den Bauern, ja, da wird dann gerne gesagt, ja, der Lehnsherr, der verpasst dir den Ehepartner. Warum sollte er? Das ist nicht seine Aufgabe. Der sitzt doch nicht mit Listen und überlegt, wen er mit wem verheiratet. Und auch da gibt es natürlich Zwangsehen. Auch da gibt es Ehen, die durch die Eltern vereinbart werden. Das haben wir heute noch. In ganz vielen Teilen der Welt ist das so. Auch da müssen wir uns von der Idee lösen, dass das heute anders wäre. Bei uns zum Glück anderswo nicht. Aber trotzdem, gerade auf dem Land, je weniger man hat, umso mehr Freiheiten hat man zu heiraten, wie man eigentlich möchte. Und die Vorstellung, dass auf all diesen Dorffesten, auf all diesen sozialen Aktivitäten keine Liebe entsteht, fällt mir ganz, ganz schwer. Ja, natürlich, Hildegard von Bingen schreibt, was man nehmen soll, um sich von der Geisteskrankheit der Liebe zu lösen. Aber mein Gott, das war eine Nonne. Nicht die beste Gewährsfrau zu dem Thema. Also ich habe immer ein Problem, mir vorzustellen, dass die Leute eine vollkommen andere Gefühlswelt als wir heute haben. Natürlich sind sie anders sozialisiert. Der Mensch im Mittelalter ist anders sozialisiert als wir. Aber deswegen heißt es noch lange nicht, dass so etwas wie Liebe und Mitgefühl überhaupt erst in der Neuzeit entstanden ist. Aber damit sind wir beim letzten großen Thema. Das Mittelalter war grausam. Und zwar im doppelten Sinne. Zu einem das Mittelalter war eine grausame Zeit voller Kriege, voller Hungersnöte, voller Katastrophen. Wenn man sich mal die Kriege so zu Gemüte führt, dann ja, so in der Übersicht sind das ziemlich viele. Aber nehmen wir mal zum Beispiel Frankfurt am Main im 15. Jahrhundert. Die sehen keinen Krieg. Die sind in Kriegen verwickelt, aber die sind weit weg. Vor der Stadt gibt es da nichts. Es gibt mal eine Fäde. Es gibt Fäden. Aber der Bewohner der Stadt Frankfurt hat im gesamten 15. Jahrhundert keinen Krieg erlebt. Nicht einen einzigen. Auch Hungersnöte. Im 14. Jahrhundert. Da gibt es eine. Keine großen Stadtbrände. Wo ist die grausame Zeit? Wo sind die Katastrophen? Also das klingt immer, wenn man sich so... Ich meine, guckt euch das 20. Jahrhundert an. Das muss die Hölle selbst gewesen sein. Zwei Weltkriege. Ganz schreckliche Katastrophen. Furchtbar. Aber im Alltagsleben... Ich meine... Wie nimmt man es denn wahr? Ja? Wie nimmt man große Katastrophen tatsächlich wahr? Das ist nicht so, dass man Zeit seines Lebens daran knabbert. Unter Umständen, wenn man direkt betroffen ist. Aber der Mensch kann wunderbar verdrängen. Und ich glaube, der mittelalterliche Mensch hat seine Zeit nicht als Katastrophenzeit wahrgenommen. Außer er ist gerade mittendrin in einer Katastrophe. Fragt die Menschen während einer Pestwelle. Anderes Ding. Fragt ihn zehn Jahre danach. Ich glaube, die Pestwelle war da. Aber... Und... Noch schlimmer ist, der Mensch war grausam. Ich habe sogar jetzt in der Recherche ein Interview gelesen. Da ging es darum, ob der menschliche Mittelalter Sadist gewesen sei. Und dann hat irgendein Wissenschaftler eben davon gesprochen. Von all den Grausamkeiten, die er so gesehen hat. Und wie grausam er... Welche Könige es geliebt haben, ihre Untertanen zu quälen. Und solche Dinge. Sehr schön ist dabei dann auch immer, die Menschen strömen zu den Hinrichtungen. Und die Idee ist wirklich, am Sonntag gehe ich zur Hinrichtung, weil es so nett ist. Ich nehme jetzt eine Quelle aus der Neuzeit. Franz Schmidt Nürnberg, Nürnberger Scharfrichter. Von 1573 bis 1617, also 44 Jahre lang, arbeitet er als Scharfrichter in Nürnberg. Er wird zwangsweise dazu gemacht. Die Stadt nimmt ihn mehr oder weniger zufällig und sagt, du bist jetzt der Scharfrichter. Und er will das auch loswerden. Er schafft es auch am Ende, das loszuwerden. Er wird sogar wieder in den Stand der Ehrbarkeit zurückgeholt. Per kaiserliches Dekret. Es ist sein Ziel, immer aus dieser Ehrlosigkeit als Scharfrichter rauszukommen. Und wieder einen anständigen Beruf zu haben quasi. Aber von dem wissen wir nämlich. Er hat nämlich Tagebuch geführt. Großartige Quelle. Und in diesen 44 Jahren, wohl gemerkt in einer Zeit, in der das Strafrecht hat sich deutlich verschärft, hat er 361 Hinrichtungen und 345 Leibstrafen vollzogen. Leibstrafen, also Auspeitschen, Finger ab, Wange durchstoßen, alles was es so gibt. Das sind etwa 8 im Jahr. Bei den Todesstrafen sind es 8,2 im Jahr. Bei einer Stadt wie Nürnberg. Ich glaube der hat 40.000 Einwohner. Übertragen wir das mal eins zu eins auf eine Stadt wie Frankfurt mit 10.000 Einwohner, dann sind wir bei zwei Todesstrafen im Jahr. Gehen wir aufs Dorf. Hier in Münzenberg. Wir haben einen Galgen. Ich glaube immer dieser Galgen ist mehr so wie im Western. Wenn du in die Stadt kommst, Fremder, hier wird Recht gesprochen. Er liegt vor allem an der wichtigsten Handelsstraße. Also du musst an ihm vorbei. Es gibt im Mittelalter viel weniger Todesstrafen, als man gemeinhin denkt. Also das kann man übertragen. Hier haben wir natürlich eine wunderbare Quelle. Aber wenn wir ins Mittelalter gehen, sieht das nicht so wahnsinnig viel anders aus. Die haben sich nicht ständig alle umgebracht. Wie viele Todesstrafen sollen wir bei 10.000 Einwohnern verhängen? Irgendwann ist die Stadt leer. Es gab also gar nichts, wo die Leute hinströmen können. Und dann erleben wir auch Mitleid. Also schlimm wird es für den Scharfrichter, wenn er pusht bei seiner Hinrichtung. Wenn das Opfer leidet, da gibt es Fälle, da wird der Scharfrichter gelünscht. Es gibt ja auch durchaus Mitleid. Auch diese Verbrecher haben zum Teil Familie. Also man darf sich nicht vorstellen, wir haben das in England. In London gibt es so einen riesen Galgen, bei dem irgendwie ein Dutzend Leute gehängt wurden. Da sind wir weit in der Neuzeit, da sind wir im 18. Jahrhundert. Da gibt es regelrechte Volksfeste. Ich möchte auch nicht sagen, dass die Leute verroht sind. Ein Teil der Leute sind verroht, nämlich die, die da hingehen. Aber diese Idee des verrohten mittelalterlichen Menschen sehe ich so nicht. Auch wenn wir Quellen eben über Mitleid haben. Ich meine, wir haben die Gottesfriedensbewegung im Mittelalter. Es gibt die Bewegung, dass Fäden und so etwas eingeschränkt werden. Natürlich ist das Mittelalter nicht nicht grausam. Welches Zeitalter ist das? Wir reden immer noch von Menschen. Der ist dazu da, zu der Lage Menschen Schlimmes zu tun ist. Wir haben Fäden, wir haben Kriege, wir haben Grausamkeiten, wir haben Massaker. Wir haben das alles. Aber wenn wir das aufs gesamte Mittelalter umlegen, dann dürfen wir nicht mehr über unsere Zeit reden. Also, wir haben in den letzten 200 Jahren so viele furchtbare Verbrechen. Wir haben ganze Genozide. Wir haben gerade im Kolonialbereich eine strukturierte Grausamkeit gegenüber Menschen. Das sollten wir uns mit der Verurteilung des Mittelalters ganz, ganz, ganz doll zurückhalten. Übrigens bei den Leibstrafen von diesem Franz Schmidt gab es zweimal Rädern. Und Ertränken gab es gar nicht, denn er hat zusammen mit Kirchenvertretern darauf gepocht, dass die Strafe des Ertränkens, die vor allem bei Kindsmörderinnen angewandt wird, gegen Köpfen mit dem Schwert ersetzt wird. Also aus der Sicht der Leute offenbar eine Strafminderung, weil es schneller geht und weniger grausam ist. Aber dieser Henker hat sich gegen das Ertränken eingesetzt. Auch spannend. Und auch die grausamsten Strafen, eben wie das Rädern, die kommen in der Neuzeit viel, viel häufiger vor. Das ist im Mittelalter gar nicht so verbreitet. Und die aller grausamsten Strafen, von denen ich bisher gehört habe, die können wir in die Antike, in Orient oder sonst wo packen. Da ist Europa, packt relativ kleine Brötchen. Immer noch schlimm genug, ich bin kein Freund der Todesstrafe, ganz sicher nicht. Aber die Vorstellung, dass da irgendwie ständig Leute mit trausamsten Mitteln gefoltert oder getötet wurden von Henkern und so. Ja, ist halt Unsinn. Großer, großer Unsinn. Ah ja, hier hatte ich noch von der ARD Grausamkeit. Es gab da eine schöne Einleitung zu diesem Artikel von diesem Interview, das gesagt hat. Die Inksitoren des Mittelalters kannten keine Gnade. Unerbittlich und grausam wurden Andersdenkende verhört, gefoltert oder sogar aus dem Scheiterhaufen verbrannt. Mehr als 500 Jahre lang ging die Kirche gegen sogenannte Heretiker vor, darunter prominente Wissenschaftler wie Galileo Galilei. Galileo Galilei im Mittelalter? Okay, also es ist von der ARD wohlgemerkt, ist die Einleitung zu diesem Interview. Und das Bild dann dazu, also offensichtlich keine mittelalterliche Quelle, ihm oder ihr, ich glaube ihr, fehlt auch schon eine Hand, jetzt wird sie über einen Knüppel geschlagen. Das ist das Bild, das wir gezeigt bekommen. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Es muss so sein, das Mittelalter muss eine grausame Zeit gewesen sein. Und warum die Inquisitoren da reingekommen sind, weiß ich auch nicht und die Kirche gegen Heretiker. Es ist sehr schräg, aber es ist ganz wichtig, dass dieses Bild so irgendwie in den Köpfen bleibt. Und das ist sehr erfolgreich. Wahnsinnig erfolgreich. Mittelalter, wissen wir, hat überhaupt kein gutes Image. Die Zusammenfassung des Ganzen. Hauptsächlich geht es immer darum, das Mittelalter war anders als andere Zeiten. Es muss etwas Spezielles haben. Die Menschen waren kleiner als anders, wo sie denken anders. Es muss in irgendeiner Art und Weise anders sein als andere Zeitalter. Und genau das ist es eben nicht. Grausamkeit zum Beispiel haben wir durch die Menschheitsgeschichte. Die Antike ist nicht besser. Die Antike ist nicht weniger aberknäubiger als das Mittelalter. Sie ist nicht weniger grausam als das Mittelalter. Sie ist nicht weniger unfrei als das Mittelalter. All das stimmt nicht und in der Neuzeit auch nicht. Ich habe ja gesagt, für die Masse der Menschen in der Antike zum Mittelalter ist kein großer Unterschied. Den Unterschied zur Neuzeit kriegen die sehr, sehr genau mit. Denn es geht ihnen meistens erstmal schlechter. Für die Bauern die Abgabenlast erhöht sich enorm, ganz enorm. Wir haben eine Verelendung weiterer Teile der Landbevölkerung. Nicht überall. Auch da müssen wir genauer hinschauen. Auch das kann man nicht generalisieren. Aber man kann es in vielen Stellen sehen. Und durch die Industrialisierung ändert sich nochmal alles. Dann haben wir eine ganz große Umwälzung für Massen der Bevölkerung. Die Massen der Bevölkerung sind auf einmal in den Städten und suchen da Arbeit. Industrialisierte Arbeit. Vollkommen anders. Da haben wir riesige Umwälzungen. Das könnte man zum Beispiel als Abgrenzung nehmen. Aber nein, das Mittelalter muss aus irgendeiner Art anders sein. Es muss zur Katastrophenzeit hingestellt werden. Erinnert euch an Tareks. Ständige Hungersmöte. Auch wenn die eher lokal sind. Und nur dann irgendwie ein Muster geben, wenn man sie alle nebeneinander setzt. Auch die kleine Eiszeit ist da ganz wichtig. Im Spätmittelalter war die kleine Eiszeit. Alles wird kälter. Alles gefriert. Die kleine Eiszeit war etwa ein Grad Verschlechterung. Macht etwas aus. Wir haben zugefroene Flüsse und Krachten. Ganz eindeutig. Aber im 17. Jahrhundert. Im Spätmittelalter haben wir gerade mal das Ende des Klimaoptimums. Und dann haben wir die kleine Eiszeit deutlich, deutlich später. Hatten wir im Mittelalter nur ganz, ganz bedingt etwas zu tun. Hat quasi keinerlei Auswirkungen auf die Erträge im Mittelalter. Das ist etwas, was wir zweieinhalb Jahre später erleben. Trotzdem gleich noch dem Mittelalter zugeworfen. Ist so ein bisschen das Aschenpuddelprinzip. Alle schlechten Linsen kommen ins Köpfchen. Die guten kommen ins Töpfchen. Mittelalter muss dafür alles herhalten. Und dieser Versuch es abzugrenzen. Dieser Versuch es schlechter darzustehen zu lassen als andere Zeiten. Die verstehe ich nicht. Denn gerade wenn wir von Dingen reden wie Grausamkeit, Kriege, Aberglauben, Unwissen, Medizin, hygienische Zustände. Das ist alles nichts, was das Mittelalter exklusiv hat. Das sind alles Dinge, die wir der Vormoderne zugestehen können. Also wenn wir sagen, wir reden von der Zeit vor dem 19. Jahrhundert. Wenn wir überhaupt zu großzügig sind. Denn Industrialisierung wird es ja in einigen Punkten auch nicht wirklich besser. Wenn wir einen Zeitraum nehmen vor der Moderne. Vor dem Beginn einer Zivilisation, wie wir sie kennen. Also einem Staatengebilde mit öffentlichen Versorgung und so etwas. Wenn wir davor reden, dann haben wir Kontinuitäten. Dann ist das bis dahin so. Also die hygienischen Zustände verbessern sich nur ganz, ganz gering. Bis wir öffentliche Kanalisation, moderne Medizin, Antibiotika und ähnliches haben. Bis dahin haben wir dieselben Probleme. Kein großer Unterschied. Aber auch da ja. Wie oft muss ich lesen, dass die Cholera im Mittelalter wahnsinnig verbreitet waren. Die Cholera gab es im Mittelalter noch gar nicht. Kommt nicht vor. Oder sowas wie Typhus. Ja, ist im Artikel nachweisbar. In der Moderne wieder im Mittelalter macht es eine größere Pause. Also das Frühmittelalter mit seiner Dezentralisierung, mit seinen Dörfern und seinen Klöstern und Burgen ohne große Städte ist sogar relativ gefeit gegen große Seuchen. Es ist keine große Überraschung, dass die Pest sich so stark ausbreiten kann in einem Europa, in dem wir viel mehr Handelsbeziehungen haben, viel mehr Mobilität haben und große Städte, in denen sich die Pest ausbreiten kann. Das wundere mich persönlich nicht. Also klar, der Ausbruch kommt noch dazu, aber die Infrastruktur für die Pest war gegeben. Wäre die Pest irgendwie im 9. Jahrhundert nach Europa gekommen, das wäre nicht so schnell und einfach gegangen. Ja, aber Krankheiten haben wir durch die gesamte Form Moderne. Ich meine, viele haben wir inzwischen besiegt, aber wir haben gerade erlebt, was passiert, wenn eine neue Krankheit kommt. Ja, diese Idee, das Mittelalter zu etwas ganz Speziellem zu machen und immer wieder dazu berichten, wie dreckig das Mittelalter war, wie grausam das Mittelalter war, das verstehe ich nicht, denn das endet da nicht. Und hier haben wir gerade das Beispiel gehabt, Galileo Galilei wird noch zum Mittelalter geschlagen, um das Narrativ der bösen Kirsche, die die Ketzer verfolgt, aufrechterhalten zu können. Dabei reden wir von einer vollkommen anderen Kirche. Wir reden von der Kirche, die sich in der Gegenreformation befindet, die einen heftigen Abwehrkampf kämpft und die wirklich biestig wird dabei. Wir reden von einer Kirche mit einem ganz anderen Missionsanspruch, denn wir sind in der Zeit der Kolonialisierung, in der in Südamerika, auch in Asien massenhaft missioniert wird. Da reden wir von einer ganz 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 anderen Kirche. Das ist nicht die Kirche, die wir im Mittelalter hatten. Aber der Galileo-Prozess ist auch noch ein ganz eigenes Thema. Auch da lief alles anders, als es uns gerne so erzählt wird. Kann man nachlesen. Selbst auf Wikipedia stehen da relativ viele Informationen zu, nur ganz nebenbei. Das waren so die Narrative hinter den Narrativen, diese Meta-Erzählung über das Mittelalter, die ich immer sehr, sehr schräg finde und auf die all die anderen hineinpassen. Achtet mal drauf, wenn ihr das nächste Mal, ich meine, man kann so sagen, wenn ein Satz beginnt mit, im Mittelalter glaubte man oder die Menschen im Mittelalter haben. Da kommt nichts Gutes mehr hinterher. Der Satz ist schon verbrannt. Da kommt nichts mehr. Aber wenn ihr solche Sätze das nächste Mal hört, überlegt mal, in welche Erzählung sie reinpasst, denn sie haben immer eines der Stoßrichtung. Die Menschen sind anders in dem, in dem oder in dem Punkt. Wir können eine Menge erzählen über die Grausamkeit des Mittelalters. Gar keine Frage. Aber in anderen Zeiten ist es eben nicht anders. Es soll keine Entschuldigung sein. Es soll nur zeigen, wie schräg diese Erzählungen sind und wie sehr sie an anderen Punkten vorbeigehen. Also ich finde das immer sehr, sehr spannend. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon denkt, welche Beispiele ihr noch habt, also eure schlimmsten Mittelalter-Klischees und eure schlimmsten Mittelalter-Erzählungen. Schreibt sie mir unten rein. Ich lese das sehr gerne. Vielleicht machen wir irgendwann ein Reaktionsvideo drauf und ich lese mal vor, was ihr mir alles geschrieben habt. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, immer Kommentare sind am besten, aber den Film liken, den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, unbedingt. Wenn ihr mich weiter unterstützen wollt, ihr könnt es über Kofi oder Patreon machen. Die Links findet ihr unten. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Mittwochs kommt ein neuer Film, versprochen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bleibt gesund.